Hey Leute, was geht? Ich war einfach willkommen zu einem neuen Video! Ja Leute, wir spielen heute ein neues Spiel und zwar spielen wir... Scary Teacher 3D! Du fällst ja weg, da seht ihr das ganze Spiel. Oh, hier wird erstmal erklärt, dass sie eine ganz böse Lehrerin ist und so. Oh, und die macht sehr gefährliche, ähm, Strafen und alles. Und wir müssen hier jetzt, wir müssen jetzt pranken, damit wir dir eine Lektion erteilen können. Weil so darfst du nicht weitermachen, Mann! Ich hatte das ja schon in Minecraft gespielt einmal, aber jetzt spiele ich einfach die App. Aber das haben sich auch ganz viele gewünscht. Okay, was geht hier jetzt ab? Okay, wir können jetzt auf Spiel drücken, glaube ich. Hier steht, finde die Mausfalle und platziere die auf den Tisch, okay. Mal gucken, da ist jetzt die böse Lehrerin, Leute. Oh mein Gott, ich habe richtig Schiss von der. Okay, was macht ihr jetzt? Die müssen wir auf jeden Fall heute fertig machen. Hä, bin ich das gerade? Lauf ich gerade zu ihr? Warte mal, ach, das geht! Ich muss jetzt in die Haustür gehen, ganz vorsichtig. Oha, aber die darf ich doch gar nicht sehen, oder? Leute, das ist doch viel zu gefährlich. Okay, jetzt machen wir die Tür einfach auf. Oh mein Gott, da ist die Lehrerin. Leute, ich gehe einfach vorbei. Und jetzt müssen wir die Mausfalle schnell finden. Das könnte hier im Schrank drin sein, so. Mach auf, so. Oh, guck mal, was wir hier haben. Das ist, glaube ich, die Mausfalle. Die müssen wir schnell nehmen, bevor die Lehrerin kommt. Ah, die schläft! Perfekt! Oh mein Gott, Leute, jetzt können wir die richtig fertig machen gehen. So, okay, wir müssen hier lang gehen, schnell. Oh, ich komme, die kommt wieder, Leute! Ich komme, die kommt wieder! Oh, schnell hier auf den Tisch platzieren. Komm schon, platz hier, platz hier! Ich muss den Button hier drücken, so, zack. Ach, die ist da drunter. Und jetzt schnell raus hier, die kommt wieder, Leute! Oh, ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen! Ah! Okay, das ist, glaube ich, geschafft, Leute. Und jetzt, ich glaube, wir haben jetzt richtig krass geprankt. Mal gucken, was passiert. Da wird jetzt die Mausfalle... Oh, oh. Unter dem Magazin, da. Nein, bitte nimm das. Oh, nein! Boah, die hat ja richtig Catch-up da bekommen, weil das war viel zu gemeint. Alter, das war viel zu heftig. Ach, und jetzt können wir uns aber ein Tal stellen, oder was? Leute, hier gibt es nicht. Okay, wer noch? Tani gibt es. Und hier gibt es, glaube ich, was gibt es hier noch? Ich glaube, das kann ich nichts mehr ändern, ne? Dann nehme ich den hier. So, ich gucke gerade, gibt es hier auch einen Shop und so? Nee, hier ist der Player, den man spielen kann. Ich sage, wir spielen jetzt einfach weiter. Lol, und hier gibt es einen Shop, Leute. Guck mal, was wir alles kaufen können, um die später fertig zu machen, Leute. Boah, ich glaube, da ist der TNT-Kuchen, oder? Nee, den kann ich, glaube ich, schon. Wir haben sogar 75, Leute. Wir können hier irgendwas verkaufen, egal, was wir wollen. Außer das hier. Ich würde sagen, wir kaufen einfach mal den Kuchen, oder? Doch, komm, den haben wir uns geholt. So, zack. Und jetzt lass weiterspielen. Okay, jetzt lebt die nächste Mission, Leute. Jetzt muss es richtig abgehen. So, da ist die Lehrerin wieder. Die müssen wir heute unbedingt fertig machen. Die macht richtig viele Schüler immer traurig und so. Okay, was macht die? Was hat die vor? Die geht ja gerade zum Tisch. Und? Ah, die ist, glaube ich, Müsli. Okay, da oben sind wir die die ganze Zeit. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Und jetzt können wir einfach in ihr Haus reingehen, oder was? Warte, machen wir mal. Jus Kihammer. Nein, den habe ich doch nicht. Ich habe... Oh, wo habe ich jetzt auf einmal mehr Coins? Egal. Holen wir uns, Jus. Let's go. Das müssen wir schnell hier aufmachen. So, zack, haben wir aufbekommen. Okay, der hat sich jetzt da oben auf die Couch gesetzt, sieht man. Ja, es ist richtig gut. Okay, was können wir eigentlich noch machen? Wir können hier springen oder so. Ganz gut, dann können wir uns bücken. Auch wichtig. Ja, jetzt go. Lass mal weitergehen. Können wir einfach durch die Tür gehen? Warte, sehen wir die? Wir müssen richtig vorsichtig hier sein, Mann. Wenn die uns einmal erwischen, dann ist unser Ende dann. So, ich gucke rein, ob wir die hier irgendwo sehen können. Aber ich glaube nicht, oder? Ach, wir können die Tür einfach aufmachen, oder was? Kann ich die drücken? Die Tür geht einfach auf. Das ist doch viel zu gefährlich, oder nicht? Wobei, okay, Leute, ich glaube, ich gehe rein. Ich glaube, ich gehe eigentlich nicht, aber... Oh, da oben steht schon... Ah, da haben wir gerade einen Tipp gegeben, dass die kommt. Da ist die gleich, Leute. Seht ihr die? Mein Gott, Leute, da läuft die lang. Kommt die zu mir, oder was? Nee, die geht nach oben. Okay, okay, richtig gut, da sehen wir die. Okay, jetzt können wir, glaube ich, reingehen. Jetzt können wir reingehen, Leute. Die Steuerung ist hier gerade ein bisschen schwer, weil ich spiele am PC. Aber wo ist die Mühe denn nochmal? Wir müssen hier... Oh, die kommt, die kommt, glaube ich, wieder. Wir müssen vorsichtig sein. Wo ist ihre Küche? Hier vielleicht? Ich gehe mal gucken. Okay, so, Tür aufmachen, zack. Nein, hier ist keine Küche, glaube ich. Vielleicht ist die dahinter. Gucken wir doch nochmal hier. Hier ist ihr Schlafzimmer. Nein, die kommt wieder runter, Leute. Gar nicht gut. Oh, oh, wir müssen schnell weg. Guck mal, die kommen gerade die Treppen wieder runter. Oh, oh, wo ist die? Da hinten läuft die. Oh, die darf uns nicht sehen. Oh, oh, schon hier in den nächsten Raum. Alter, was hat die für ein großes Haus, Mann? Das ist doch nicht... Oh, ich glaube, die etwas bemerkt, Leute. Wo geht die hin? Oder geht die Treppe wieder hoch? Okay, das ist richtig gut. Da hinten ist sie. Oh, mein Gott. Wir haben richtig Angst vor der. Okay, die geht, glaube ich, weg. Ja, wir haben ihre Küche gefunden. Oh, mein Gott. Und da vorne liegt Chili, oder? Oha, das können wir direkt nehmen, oder? Das müssen wir, glaube ich, sogar nehmen. So, zack. Wie nehme ich das? So, wir haben es genommen. Chili. Oh, mein Gott, Leute. Das ist jetzt richtig gefährlich hier. Da ist ihr Müsli. Oh, aber ich glaube, die kommt wieder, oder? Ist ihre in ihren Camp nicht so gut? Ah, die ist gerade im Mandelzimmer. Die macht sich gerade die Haare. Leute, was macht die sich ihre Haare? So, und jetzt rein damit. Ach, wir müssen es da reintun, oder was? Ach, wir dürfen es einfach mitnehmen, oder was? Oh, ich glaube, die kommt wieder, Leute. Kommt schnell rein damit, rein damit. Mach so viel rein, wie es geht. Oh, was mit der Tasse? Was muss ich damit machen? Oh, richtig. Egal. Wir müssen schnell weg, bevor die wiederkommt. So, ich bück mich mal lieber. Oh. In welchen Raum ist die? Ich habe gerade richtig Angst, Leute. Ich gehe einfach mal schnell hier durch. Ich hoffe, die ist hier nicht drin. Die muss schnell irgendwie aus dem Haus rauskommen. Das ist gerade das Allerwichtigste. Oh, da liegt ein Stern. Können wir vielleicht mitnehmen? Gibt es vielleicht Punkte, oder so? Oh. Oh, die ist es. Und ich bin im Nebenzimmer. Oh, oh. Ich bin gar nicht rausgekommen, Leute. Es wird jetzt viel zu riskant, Mann. Oh, die sieht gerade... Ich habe es nicht hinbekommen. Nein. Ich muss es nochmal versuchen. Aber egal. Wir wissen jetzt, wo die Küche ist und so. Jetzt können wir einfach schnell durchlaufen. So, Leute. Unsere Chance. Jetzt schnell einfach durch hier. Zack. Die Tür ist sogar schon offen. Wir müssen nichts kaufen. Wo ist die? Sieht man die schon? Oh, die läuft da lang. Okay. Hinten ist die? Egal. Einfach durch hier. Schnell. Ich bin auf die Falle getreten. Oh, oh. Ich habe gerade Leben verloren. Gar nicht gut. Warum hat die Falle in ihrem Haus? Das ist aber doch gar nicht. Okay. Ich sitze irgendwo im Nebenzimmer. Richtig gut. Einfach direkt in die Küche gehen. Alles unauffällig machen. Schnell die Tür zumachen. Oh, das geht gar nicht, oder? Oh, oh. Ich kann die Tür nicht zumachen. Gar nicht gut. Egal. Einfach zum Chili. Aber wieso hat es nicht geklappt? War das kein Chili, oder was? Ach, das ist Chili. Ne. Das ist Tomatensauce. Was ist das? Was hier ist Chili? Das ist Öl. Wir müssen herausfinden, wo sie ihr Frühstück macht. Hier. Oh. Ich glaube, ihr habt mich gesehen, Leute. Warum rennt die weg? Keine Ahnung. Egal. Können wir das jetzt einfach da rein machen? Probieren wir jetzt doch mal. Oh, ich muss mir weglaufen, bevor sie mich erwischt. Oh, oh. Steht gerade unten. Ich hoffe, die hat mich gar nicht erwischt. Oh, sie sitzt nicht an den Tisch. Komm schon, bitte. Ich habe eben Chili reingemacht. Ich hoffe. Komm schon. Die haben nichts mehr mehr. Ich habe doch eben Chili reingemacht. Ja, wir haben es hinbekommen, Leute. Oh, mein Gott. Das ist richtig scharf. Wie kommt das ja aus? Aber wieso haben wir es diesmal geschafft? Das habe ich nicht verstanden. Ich glaube, ich habe eben zu viel reingemacht, oder? Bis jetzt richtig krasses Game, Leute. Ich würde sagen, nächstes Level. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, ihr Fernseher manipulieren, Leute. Boah, jetzt können wir entscheiden, was wir wollen. Was sollen wir hiervon nehmen? Damit sie tanzt? Damit sie die ganze Zeit am Lachen ist? Oder damit sie die ganze Zeit nie ist? Hehe, wenn sie die ganze Zeit nie ist. Das wäre, glaube ich, lustig. Oder tanzen? Hehe. Aber wir nehmen einfach mal das Tanzgas. Hehe. So, hier können wir jetzt drauf tippen. Oh, wir haben es schon aktiviert. So schnell, oder was? Hehe. Jetzt machen wir einfach Fortnite die bei uns. Leute, schaut euch das an. Das ist der Weg, um jetzt hier reinzukommen. Da liegt wieder ein Stern. Können wir mitnehmen? Nice. So, haben es mitgenommen. Jetzt haben wir Sterne bekommen. Gut. Ah, und jetzt habe ich hier gerade so einen Tipp reingeschaltet. Okay, wir müssen ein Brecheisen finden. Okay, das werden wir schaffen, Leute. Guck, die sitzt gerade am Fernseher. Okay, das ist gar nicht gut. Oh, wir haben gerade hier das Tanzgas benutzt. Hehe. Gut, gut, gut. Jetzt ist die schön abgelenkt. Okay, wo könnte die eine Brechzange haben? Okay, da ist wieder die Falle. Ich möchte wieder drauf treten. So, kann ich die mitnehmen oder so? Oh, ich habe die einfach mitgenommen. Hehe. Oha. Müssen wir mal gucken, war das nicht hier im Schrank? Ich glaube nicht, oder? Ah, müsst ihr wirklich alles durchgucken? Nee, ich glaube, hier ist nichts. Wo könnt ihr die eine Brechzange haben? Oh, da hat die einen Raum aber verschlossen. Guckt euch das mal an, Leute. Ich schicke mal die Falle einfach so hin, wenn das geht. Oh, ich glaube, die Leere. Nein, die hat nicht willkommen. Oha. Alter. Warte, gibt es hier einfach den Brecheisen im Shop? Doch, gibt es hier? Haben wir genug Geld? Hier ist es doch. Können wir kaufen? Fertig, Jus. Ah, ich bin so dumm, Mann. Und damit müssen wir den Fernseher kaputt machen. Okay, das werden wir hinkriegen, Leute. Aber hätte man das auch ohne Geld finden können? Man stelle vor, ich hätte gar kein Geld mehr. Was hätte ich dann gemacht? So, diesmal muss ich aufpassen, wo die hingeht. Ich muss sie genau beobachten. Wo ist überhaupt der Fernseherraum? Wo guckt ihr die ganze Zeit Fernseher? Aha, die ist von da hinten gekommen. Die ist keine Treppen gegangen. Das heißt, die Fernseher müsste irgendwo da hinten sein. Müssen wir nur Glück haben, dass die irgendwas macht, damit die abgelenkt ist. Okay, wo geht die hin? Wie sind denn ihre Facecam? Oh, ich glaube, die ist jetzt am Essen, oder? Ich glaube, die geht jetzt essen. Das wäre richtig gut. Komm, ich laufe jetzt einfach durch. Oh, die Bärfalle, die nehme ich schnell mit. So, zack. Und in diesem Garten, das ist richtig gut. So, jetzt können wir auch schnell durchlaufen. Ganz schnell, ganz schnell. Leute, wir kriegen es hin. Hier, Tür auf, zack. Wo ist der Fernseher? Wo ist der Fernseher? Hier? Was ist in diesem Raum? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ein Nebenzimmer. Schnell, schnell, schnell. Die ist gerade noch am Pool. Richtig gut. Ich muss nur den Fernseherraum finden. Oh, ich glaube, der ist gerade gesehen am Fenster. Martin ist irgendwo von hier gekommen. Wo ist das? Wo ist der Raum? Oh, hier sind Energydosen und so. Die können wir eigentlich mal hier alle mitnehmen, oder? Wir dürfen einfach, dürfen wir das überhaupt alles mitnehmen? Ich weiß gar nicht, ob das sonst gehört. Geil. Aber ich glaube, ich bin da, oder? Ja, hier ist der Fernseher. Leute, ihr habt es gefunden. Perfekt. Auf, was sollst du nicht bemerken? Zack, ist kaputt. Und jetzt müssen wir schnell irgendwie hier raus. Können wir hier rausgehen? Ja, wir können hier rausgehen. Perfekt, perfekt. Und schnell abhauen, schnell abhauen. Oh, mein Gott, wir haben es geschafft, Leute. Ihr Fernseher ist kaputt. Jetzt hier schnell. Einfach auf die Straße. Ihr geht weg von ihrem Grundstück. Wir haben es geschafft, Mann. Da vorne liegt noch so eine Dose. Die können wir, glaube ich, mitnehmen, weil die sind voll wertvoll, glaube ich. Oh, nice. Ich bin jetzt so gespannt, Leute. Ich glaube, wir haben es geschafft. Mal gucken. Oh, da, Leute. Schaut uns das an. Ihr Fernseher ist kaputt. Richtig gut, Mann. Hey, wir haben es, glaube ich, hinbekommen. Ich glaube, ihr seid wein, oder? Okay, Leute. Wenn euch die erste Folge gefallen hat, dann lasst unbedingt, Leute, da, ja? Und dann würde ich sagen, tschüss.